Jodmangel, Kropf und die biblische Sintflut Einführung Das Mainstream-Modell der Evolution erfordert einen Entstehungsmythos für die Menschheit und aus diesem sind einige Theorien entstanden, die uns erklären sollen, woher wir kommen. Mit zunehmender Komplexität der Ursprungsmythen würde es immer schwieriger, dieses Modell in einer konsistenten Weise zu präsentieren. Ein typisches pro-evolutionäres Argument sehen wir hier. Zitat Die meisten Untersuchungen zu den Eiszeiten konzentrieren sich auf Gletscher. Aber was ist mit tropischen Tieflandgebieten? Während der Eiszeiten wären dies die wirklichsten Lebensräume auf der Erde gewesen. Als sich die Gletscher zurückzogen, stieg der Meeresspiegel, überflutete diese Lebensräume und zwang die Menschen ins Landesinnere. Das hätte einen enormen Bevölkerungsdruck erzeugt und die Küstenbewohner gezwungen, um die vorhandenen Ressourcen zu konkurrieren. Diejenigen, die ins Landesinnere zogen, hätten ohne ausreichend Jod ein schreckliches Schicksal erlitten. Die meisten Neandertaler-Fossilien stammen aus Zeiten, in denen der Meeresspiegel hoch war, sodass sie möglicherweise Flüchtlinge vor dieser Konkurrenz an der Küste waren. Ein Großteil der archäologischen Beweise für den frühen Menschen liegt wahrscheinlich unterhalb des Meeresspiegels. Auch heute noch, so Dubsen, leben die meisten Menschen in der Nähe des Meeres, das reichlich Jod über die Nahrung liefert. Wenn die Neandertaler an einem Jodmangel litten, entweder durch einen Mangel in der Nahrung oder durch die physiologische Unfähigkeit, das Jod zu extrahieren, hätte sich dies über Generationen hinweg ausgewirkt, da Jod für die fötale Entwicklung sehr wichtig ist. Babys, die bei der Geburt scheinbar normal sind, entwickeln bald Symptome, wie einen grossen Kopf und Knochen, gekrümmte Wirbelsäule, geistige und körperliche Retardierung, schmerzende Gelenke und andere Gebrechen, die uns als Kretinismus bekannt sind. Cro-Magnon-Menschen, die an denselben Orten lebten, waren möglicherweise mit einer leistungsfähigeren Schilddrüse ausgestattet und bezogen zweifellos Jod aus einer zusätzlichen Quelle, vielleicht durch Handel mit der jodreichen Küste. Sie waren in der Lage, die Neandertaler zu verdrängen und zu gedeihen, aber auch sie litten an Kretinismus. Zitat Ende Ein interessantes Paradoxon finden wir in der Geschichte über die menschliche Evolution und Jod. Der Erdboden ist eine sehr schlechte Quelle für Jod und die meisten Gebiete auf der Erde zählen, laut Mainstream-Quellen, tatsächlich zu den Jodmangelgebieten. Der einzige verlässliche Weg, um an reichlich Jod zu kommen, ist der Verzehr von Meeresfrüchten. Aus diesem Grund empfehlen Mainstream-Ernährungswissenschaftler, einmal pro Woche Meeresfrüchte zu essen und jodiertes Salz zu konsumieren. Nutzvieh wird mit großen Mengen an Jod gefüttert, sonst wäre die Fleischproduktion nicht rentabel. Zum Beispiel werden Schweine normalerweise mit etwa 20 Mal mehr Jod gefüttert, als dem Menschen offiziell zum Verzehr empfohlen wird. Es ist bekannt, dass Jod für Säugetiere in höheren Mengen essentiell ist, als es auf dem Festland vorkommt. Auch heute noch sind trotz weitverbreiteter künstlicher Anreicherung der Nahrung nach Angaben der WHO mehr als eine Milliarde Menschen auf der Erde chronisch jodmangelkrank und leiden an Folgen wie Kropf und Kretinismus. Eine passende Erklärung im Sinne des Evolutionsmodells ist, dass sich die Säugetiere ursprünglich im Meer entwickelten und sich der hohe Jodbedarf im Laufe der Entwicklung nicht nennenswert verändert hat. Später, auch als sie landeinwärts wanderten, behielten die Menschen Handelswege mit den Küstenbewohnern bei, weil sie ihre eigene Abhängigkeit von Jod erkannten. Aber Meerwasser ist eigentlich keine gute Jodquelle. Der einzige Grund, warum Meeresfrüchte reich an Jod sind, ist, dass Algen das Mineral über die Filterung des Wassers anreichern und dieses dann langsam in der Nahrungskette nach oben wandert. Auf eine alternative Erklärung zum Thema Jod und Evolution stieß ich erstmals in einem Beitrag des amerikanischen Jodforschers Dr. Guy Abraham. Zitat Tatsächlich sind die Ozeane, gemessen an der Konzentration dieses Elements, sehr arm an Jod. Obwohl sich das größte Jodreservoir in den Ozeanen befindet, beträgt die Jodkonzentration in den Ozeanen aufgrund ihres großen Volumens nur 0,05 ppm. Ist also sehr verdünnt im Vergleich zu Bromidmet 70 ppm. Um zum Beispiel den Tagesbedarf für Jod aus Meer zu erhalten, benötigen sie 3 Liter. Meersalz ist sehr arm an Jodid, deutlich ärmer als jodiertes Speisesalz, tatsächlich 50 mal ärmer. Es ist verständlich, warum jemand, der an die Evolutionstheorie glaubt, ein Problem mit einem so hohen Bedarf an Jod – zur Anmerkung Dr. Abraham geht von einem Tagesbedarf in Höhe von 1 bis 2 mg Jod aus – in einer Umgebung hat, die an diesem Element verarmt ist. Es sei denn, der Mutterboden des Planeten Erde enthielt irgendwann in ferner Vergangenheit signifikante Mengen an Jod und die Deckung dieser hohen Mengen konnte damals mit jeder beliebigen Ernährung erreicht werden. Die Evolutionstheorie bietet keine intellektuell befriedigende Antwort auf dieses Paradoxon. Die biblische Geschichte über die Entstehung der Welt durch die Schöpfung vor 6000 Jahren, gefolgt vom Sündenfall und der Sintflut, passt jedoch sehr gut zur aktuellen Situation. Nach der biblischen Erzählung erklärte der Schöpfer den Planeten Erde und alles auf ihn für vollkommen. Daher enthielt der ursprüngliche Planet Erde einen jodreichen Mutterboden und alle Elemente, die für die perfekte Gesundheit von Adam, Eva und ihren Nachkommen erforderlich waren. Ein rebellischer Erzengel wurde aus Gottes Wohnsitz vertrieben, weil er eine feindliche Übernahme angestrebt hatte. Aus Jesaja 14, 12-15 Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen! Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Sein Name war Lucifer vor dem Versuch aus Jesaja 14, 12 und Satan nach seiner Vertreibung aus Lukas 10, 18. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Satan verführte Eva zu dem Glauben, sie könne eine Göttin werden, indem sie ihrem Schöpfer nicht gehorchte. 1. Moses 3, 4 und 5 Es folgte eine Abfolge von Ereignissen, die in der weltweiten Flut vor 4500 Jahren gipfelte. Nach diesem Ereignis schwemmte das zurückweichende Wasser den Mutterboden mit all seinen Elementen in die Ozeane und Merde. Der neue Mutterboden wurde arm an Jod und höchstwahrscheinlich auch an anderen essentiellen Elementen, deren Bedarf für den menschlichen Körper noch unbekannt ist. Gebirgsregionen wurden am Jod ärmsten, weil das zurückweichende Wasser am schnellsten über die Steinhänge abfloss und den Boden tiefer erodierte. Der biblische Bericht über die Flut passt sehr gut zu den Funden von hohen Jodkonzentrationen in Sohlen, die sich in der Nähe von Ölquellen und Erdgaslagerstätten befinden. Bis 1977 machten die mit Erdgaslagerstätten in Japan verbundenen Sohlen 56% der weltweiten Jodproduktion aus. Die frühere Existenz von jodreichen Lebewesen, aus denen diese jodreichen Abbauprodukte stammen, legt nahe, dass irgendwann in der fernen Vergangenheit Jod auf dem Planeten Erde überall reichlich vorhanden war und ein katastrophales Ereignis dazu führte, dass der jodreiche Oberboden in den Ozeanen weggespült wurde. Die weltweite Flut passt sehr gut zu den aktuellen Erkenntnissen über hohe Jodkonzentrationen in Sohlen. Zitat Ende. Dr. Abraham entdeckt durch seine Forschungen im Rahmen des Jodprojekts, dass der Mensch mindestens 10 bis 20 Mal mehr Jod benötigt, als in selbst der besten Ernährung enthalten ist. Nur wenige Kulturen auf der Welt nehmen genug Jod mit der Nahrung auf. Von allen Ländern hat Japan die höchste durchschnittliche Jodaufnahme pro Person. Japan ist auch das Land mit den meisten 100-Jährigen der Welt und den niedrigsten Krebsraten. Mit 48 100-Jährigen pro 100.000 Einwohnern hat Japan die höchste Rate an 100-Jährigen der Welt. Interessant ist ein Blick auf die Verteilung von Jod in den Ozeanen und im Boden. Denn Wasser wäscht Jod leicht aus dem Boden ins Meer. Jodmangel auf dem Land könnte also auf einen kürzlichen Kataklysmus hinweisen, der große Mengen an Oberboden ins Meer gespült hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Ereignis, das in unserem kulturellen Gedächtnis als die biblische Sintflut bekannt ist, tatsächlich die Ozeane geschaffen hat. Wenn die biblische Flut essentielle Mineralien aus dem Oberboden in die neu entstandenen Ozeane gespült hat, sollten wir die folgenden Beobachtungen machen können. 1. Je höher gelegen die Regionen, desto niedriger die Jodkonzentrationen der Erde. Die Flut hat die Erde nach unten gespült, daher wären die Bergregionen am meisten betroffen. 2. Die Erde wäre praktisch überall auf dem Planeten verarmt, nicht nur in den Bergregionen, und der größte absolute Prozentsatz an Jod auf der Erde müsste sich im Meer finden lassen. 3. Der Kataklysmus, der die Flut verursachte, riss auch die Erdkruste auf und schuf Süßwasserseen. In diesen Gebieten wurde das Flutwasser aus den umliegenden Gebieten in die neu entstandenen, humusfreien Hohlräume gespült und blieb dort. Um diese Seen herum wäre der Jodgehalt des Bodens noch niedriger als überall sonst, da die unteren Teile der Erde, die freigelegt wurden, keinen mineralreichen Humus enthalten. Durch die tiefen Hohlräume versickerte das Wasser schnell und hatte keine Zeit zu verdunsten und die gebundenen Mineralien wieder freizugeben. All das ist tatsächlich der Fall. Die Regionen mit dem ausgeprägtesten Jodmangel liegen im Gebirge. Gebiete wie die großen Seen, die Anden, die Sahara-Wüste sowie der Baikalsee. Je weniger Oberboden vorhanden ist und je menschenleerer ein Gebiet, desto weniger Jod. Zufälligerweise tauchen diese jodarmen Gebiete und Süßwasserseen alle erst zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert auf den alten Weltkarten auf. Aber darauf werde ich später noch eingehen. Jedenfalls ist dies der Zeitraum, in dem sich, meiner Meinung nach, die biblische Sintflut ereignete und die Ozeane entstanden sind. Beim Betrachten der historischen Daten und den vorhandenen Informationen über die Jodmangelkrankheit wurde mir klar, dass uns dieses Thema eine Möglichkeit bietet, den Zeitraum zu bestimmen, wann die biblische Sintflut wirklich stattfand. Die Schätzung von ca. 6000 Jahren im Rahmen der biblischen Überlieferung ist zu weit in der Vergangenheit angesetzt. In Wirklichkeit muss die Sintflut innerhalb der letzten 1000 Jahre passiert sein. Die biblische Sintflut Zitat aus Genesis 7, 11 Zitat Ende Ein weiteres Zitat aus Genesis 7, 19-23 Alles, was Odem des Lebens hatte auf dem Trockenen, das starb. So vertilgte er alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Sie wurden von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Zitat Ende Die Entstehung des Baikalsees und anderer Westengebiete Der Baikalsee scheint ein Hohlraum in der Erde zu sein, der im Zuge der Ausdehnung der Erde durch einen Kataklysmus entstanden ist. Ab dem 17. Jahrhundert wurde dieser erstmalig auf Karten abgebildet. Seine Entstehung hängt aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Ereignis zusammen, das auch für die Bildung der asiatischen Wüsten südlich davon verantwortlich ist. Einige Teile Amerikas scheinen gedehnt worden zu sein, genau wie in Asien. Wenn man sich den westlichen Teil Chinas, den gesamten Nahen Osten und den westlichen Teils Amerikas anschaut, erinnert es jedenfalls an Dehnungsstreifen, ähnlich der in Ozeanen. Dies scheint mit unfruchtbarem Land und Wüsten mit wenig Vegetation verbunden zu sein. Genau das, was man von tiefer liegenden Teilen der Erde erwarten würde, die durch die Erdausdehnung freigelegt wurden. Es handelt sich bei den Folgen des Kataklysmus, der uns als Sintflut überliefert ist, also um eine Kombination aus Erdexpansion und Überflutung. Die Region der großen Seen auf der Othelius-Weltkarte von 1570 im Vergleich zu heute. Auf den alten Karten sind die großen Seen nicht zu sehen. Das Flutwasser drang in die Hohlräume ein und wusch viele Nährstoffe aus dem umgebenden Oberboden aus. Südasien zeigt auf der ersten Karte Anzeichen einer Erdexpansion im Bereich des Himalaya. Die Abbildung auf dem zweiten Bild zeigt die Mercator-Weltkarte von 1569. Der Himalaya sollte nördlich von Delhi liegen und Indien von einem kargen Ödland, dem heutigen Tibet, trennen. Auf dieser alten Karte sehen wir allerdings anstelle von Tibet Flüsse und Städte und kein deutlich sichtbares Gebirge, das mit dem Himalaya verglichen werden kann. Die dritte Abbildung zeigt einen Teil der Waldseemüllerkarte von 1507. An der Stelle, an der wir dort Tibet erwarten würden, sind ebenfalls Städte und Flüsse zu erkennen. Dieser Teil Asiens auf dieser Karte sieht aus, als wäre er aufgerissen worden und er steht in direkter Verbindung mit den Dehnungsstreifen des Ozeans im Süden. Man kann die Linie, an der die Erde aufgerissen ist, von Innerasien über den Ozean bis hinunter nach Australien verfolgen. Es sieht auch so aus, als ob der Baikalsee im Norden dieses kargen Beckens in Innerasien entstanden ist, als sich die Erde ausdehnte, ebenso wie der Baikalsee im Westen. Während beide eine zweifelhafte Vorgeschichte haben, wurde der Baikalsee erst 1643 offiziell entdeckt und die erste aufgezeichnete Erwähnung des Baikalsees stammt aus dem Jahr 1644. Auf älteren Landkarten sind die Seen nicht zu finden. Stattdessen war die Region bis zum 17. Jahrhundert voll von Vegetation, kleinen Seen, Flüssen und Städten. Kein Baikalsee, kein Balkassee und kein Himalaya auf Orteliuskarte Theatrum Orbis Terrarum 1570. Ganz links das Kaspische Meer. Es macht Sinn, dass auch der Himalaya relativ jung ist. Genau genommen wird er in der alten Geschichte vor dem 18. Jahrhundert nirgends schriftlich erwähnt. Tatsächlich wurde er erst im Jahr 1733 offiziell entdeckt. Zitat Der Himalaya ist auch nicht auf den alten Karten zu sehen. Ein genauerer Blick auf die Karte Theatrum Orbis Terrarum aus dem Jahr 1570 zeigt Flüsse und Städte nördlich von Delhi, wo sich eigentlich das karge Ödland von Tibet befinden sollte. In der Tat ist das gesamte moderne Tibet nicht älter als 400 Jahre. Es ist atemberaubend, die Geschichte unseres Planeten anhand der Landkarten neu zu überdenken. Es gibt einen Grund, warum die Geschichte voller Mythen ist. Diese katastrophalen Ereignisse haben die Menschen weitgehend von ihren Vorfahren abgeschnitten. Wir haben zuvor schon in folgenden Artikeln untersucht, dass auch die Sahara in der gleichen Zeit entstanden ist. Die 400 Jahre alte Sahara oder warum die Menschen alles vergessen haben, was sie über Afrika wussten. Wie entstand die Sahara? Und Ich werde hier also nicht weiter auf dieses Thema der Kartenveränderung und Wüsten eingehen. Zusammenfassend können wir feststellen, dass eine Menge Beweise für ein welterschütterndes Ereignis zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert existieren, das weltweit den Mutterboden weggeschwemmt hat. Die Geschichte von Kropf und Kretinismus bei abgelegenen Bergvölkern Kropf als Beispiel für Degeneration aufgrund der Unfähigkeit des Menschen sich auf die Welt nach der Sintflut mit ihrer veränderten mineralischen Zusammensetzung des Bodens sowie der abrupten Veränderung des Klimas und der Sonnenaktivität anzupassen. Zuerst müssen wir verstehen, wann das Konzept von Kropf und Kretinismus die bekanntesten Symptome von extremen Jodmangel und verbunden mit Intelligenzverlust zum ersten Mal in unserer Kultur aufgetaucht sind. Dies wird uns ein gutes Verständnis für den Zeitrahmen der Überflutung der Erde liefern, da Kropf und Kretinismus die ersten weitreichenden Folgen sind, mit denen Gesellschaften aufgrund einer plötzlichen Veränderung des Jodgehalts im lokalen Boden konfrontiert worden wären. Während es Erwähnungen von Kropferkrankungen aus der Zeit vor dem 19. Jahrhundert gibt, wurde der Begriff selbst um 1835 im medizinischen Bereich eingeführt und es scheint, dass die Menschen das Problem ab dem 18. Jahrhundert zu beobachten begannen. Wenn man per Google-Gram-Viewer den Begriff Kropf eingibt, kommt folgendes Resultat. In Anbetracht der Tatsache, dass die geschriebene Literatur dem realen Leben immer hinterherhängt, können wir davon ausgehen, dass der Kropf ab etwa dem Jahr 1700 zu einem weit verbreiteten Problem wurde. Zitat In lateinischer Fachsprache ist die Bezeichnung Kretinismus seit 1656 belegt. Seit dem 18. Jahrhundert ist sie auch im französischen Kretinisme, deutschen Kretinismus und weiteren europäischen Volkssprachen etabliert. Zitat Ende Ab dem frühen 19. Jahrhundert sehen wir die ersten wissenschaftlichen Erkundungen von abgelegenen Bergdörfern. In manchen Gegenden der Welt degenerierten ganze Dörfer, zum Beispiel in der Schweiz. Fast jeder hatte einen Kropf. Viele Kinder wurden als sogenannte Kretins, blödsinnige Kinder, geboren. Verständlicherweise ist der Begriff Kretins älter als der Begriff Kropf, da letzterer meist mit einer medizinischen Diagnose verbunden war, während sich ersterer als abwertendes Schimpfwort im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert etabliert hatte. Kretin wird abgeleitet aus dem französischen Kretin und aus dem lateinischen Alluvium, was wortwörtlich bedeutet Erde, die von fließendem Wasser abgelagert wurde. Eine perfekte Beschreibung des Entflut. Zitat aus The History of Clinical Endocrinology Die Frage des endemischen Kropfes taucht immer wieder auf. Wir haben bereits gesehen, dass Felix Platter auf den Kretinismus in seiner Walliser Heimat hinwies, aber auch Paracelsus, Münster, Lange, Stumpf und Kempel hatten sich darauf bezogen. Nach Platter gab es nur noch das Buch von Wolfgang Höfer, Hercules Medicus Sive Locum Communium Liber, wie in 1657, das die Ursache des Kropfes durch Luft, Wasser und Nahrung erörterte. Dr. Edward Brown war der älteste Sohn von Sir Thomas Brown, einem Arzt in Norwich, der der Autor von Religio Medici war. Edward Brown hatte in Cambridge und in Oxford studiert, wurde Fellow der Royal Society, Präsident des College of Physicians und gehörte zum Personal des St. Bartholomeo Hospital in London. Besonders bekannt wurde er, als er in den 1660er Jahren seine ausgedehnte Reisen durch Europa beschrieb. Von besonderem Interesse ist sein Bericht über seine Reisen nach Wien und von dort nach Ungarn und in andere Teile des österreichischen Reiches. In den steirischen Alpen notierte er, in diesen Gegenden gibt es viele Menschen, die vom Kropf befallen sind. Viele hier haben große Kehlen, einige so groß wie ihre Köpfe, viele sind blind, andere stumm und auch allgemein ziemlich schwachsinnig. Außerhalb der Stadt gibt es ein Krankenhaus für solche, die ihre Stimme, ihren Verstand verloren haben oder anderweitig durch ihre großen Kehlen geplagt werden. Die feinere Gesellschaft, die gut lebt, Wein und gutes Bier trinkt, ist weniger anfällig. Ich habe in dieser Gegend größere Kehlen gesehen, als ich sie im alpinen Teil von Savoyen beobachtet habe. Im Wallis in der Schweiz ist Kretin seit Jahrhunderten das Wort, das verwendet wird, um vom Kropf befallene, zwergwüchsige, taube und stumme Unglückliche zu bezeichnen, die dort häufiger anzutreffen sind als an anderen Orten. Im Aostertal, Piemont, wurden solche Menschen mit den Geisteskranken in einen Topf geworfen und als Pazzi bezeichnet. Im Bericht einer königlichen Kommission über den Kretinismus im Königreich Sardinien von 1848 wurde die Häufigkeit des Kretinismus im Aostertal mit 28% angegeben. Zitat Ende. In seinem Hauptwerk der Maladie mental oder des Maladies mentales Paris 1838 stellt Jean-Étienne Dominique Esquirol eine weitere Theorie zur Ableitung von Kretin auf. Zitat Könnte die Bezeichnung Kretin nicht von dem veralteten Wort Kretine stammen, das die gleiche Bedeutung wie Schwemmland hat? Ist dieser Name nicht auf Personen übertragen worden, die infolge der Tatsache, dass sie auf einem Schwemmlandboden gewohnt haben, gebrechlich geworden sind? Zitat Ende. Wenn das Datum der Reisen von Edward Brown in den 1660er Jahren korrekt ist, können wir die Flut, die die fruchtbare Erde ins Meer spülte und den weit verbreiteten Jodmangel verursachte, in die Zeit um 1600 oder früher legen. Leider wurden viele der frühesten Bücher nach ihrer Veröffentlichung rückdatiert, sodass wir uns in diesem Punkt nicht sicher sein können. Erst ab dem 19. Jahrhundert nehmen Veröffentlichungen über Kropf zu. Die zeitlich früheren spärlichen Hinweise auf Kropf von Leuten wie Paracelsus sind leider sehr undurchsichtig und helfen uns nicht weiter, wenn es darum geht, den Zeitraum der Flut zu ermitteln. Es dauerte bis 1922, bis die Schweiz ihr Salz mit Jod anreicherte, was die extremen Fälle von Jodmangel schnell beseitigte. Im frühen 20. Jahrhundert besuchte ein Zahnarzt namens Weston A. Price die Überreste traditioneller Kulturen auf der Erde, um deren Gesundheit und deren Beziehung zur Ernährung zu studieren. Diese afrikanische Frau mit Kropf ist von der 9000 Fuß hohen Ebene in den Bergen in Belgisch-Kongo in der Nähe der Nilquelle auf eine 6000 Fuß Ebene herabgestiegen, um spezielle Pflanzen zum Verbrennen zu sammeln und die Asche zu ihrer Familie hinaufzutragen, um Kropf bei ihren Kindern zu verhindern. Rechts eine Nilpflanze, eine Wasserhyazinthe, die wegen ihrer Asche verbrannt wird. Es folgte ein Auszug aus seinem Buch Nutrition and Physical Degeneration aus dem Jahre 1939, zu Deutsch Ernährung und körperliche Degeneration. Zitat In Afrika fand ich viele Stämme, die bestimmte Pflanzen aus Sümpfen und Flüssen sammelten, insbesondere die Wasserhyazinthe. Diese Pflanzen wurden getrocknet und verbrannt, um ihre Asche zu gewinnen, die den Müttern und heranwachsenden Kindern ins Essen gegeben wurde. Eine Art der Wasserhyazinthe ist in Abbildung 130 dargestellt. Die in Abbildung 130 gezeigte Frau mit einem enormen Kopf war von einer 9000er Ebene in den Bergen über dem Edwardssee heruntergekommen. Hier bestand das gesamte Trinkwasser aus Schneewasser, das kein Jod enthielt. Sie war von der hohen Gegend auf die 6000er Ebene hinuntergekommen, um die Wasserhyazinthe und andere Pflanzen zu sammeln, um die Asche dieser und anderer jodhaltiger Pflanzen zu erhalten, die sie zu ihren Kindern zurücktragen wollte, um, wie sie erklärte, die Bildung eines großen Halses, wie sie ihn hatte, zu verhindern. Die Menschen, die auf der 6000er Ebene leben, nutzen auch die Asche dieser Pflanzen. Zitat Ende Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Symptome des weit verbreiteten Jodmangels frühestens ab dem 17. Jahrhundert und eventuell sogar erst ab dem 18. Jahrhundert kulturell wahrgenommen wurden, wie aus relativ zuverlässigen schriftlichen Quellen hervorgeht. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts, also rund 200 Jahre später, war die Erkrankung gut genug verstanden, um die eigentliche Ursache des Kropfes, den Jodmangel, zu erkennen. Kurz danach wurden Jodpräparate sehr populär. Einige Stämme und Kulturen waren in der Lage, den Zusammenhang zwischen Kropf und Nahrungsmitteln in der nachsintflutlichen Zeit zu verstehen, wie der zitierte afrikanische Stamm, während andere völlig ahnungslos waren, zum Beispiel der in der Schweiz. Wir sehen einen Mangel an Wissen und die Kulturen, die den Zusammenhang verstanden, haben diesen wahrscheinlich durch Zufall entdeckt. Der hier beobachtete Mangel an Wissen über die menschliche Natur, Biologie und Medizin ist die Folge eines traumatischen Kataklysmus, der die Grundlage des menschlichen Lebens in weiten Teilen der Welt zerstörte. In Übereinstimmung mit der Fluttheorie wurde der Jodmangel in den Böden der alpinen Regionen der Schweiz zu einem Hotspot des Kretinismus und des Kropfes und es scheint, dass im 19. Jahrhundert fast die ganze Bergbevölkerung betroffen war. Dies impliziert die Frage, wie lang kann sich eine Gruppe von Menschen fortpflanzen und Nachkommen erzeugen, anstatt einfach auszusterben, wenn bereits 30% der Bevölkerung von Kretinismus betroffen sind. Wenn das Aostertal der Schweiz ein repräsentatives Beispiel ist, waren die Bergstämme mitten des 19. Jahrhunderts bereits so degeneriert, dass sie ohne Hilfe von außen gar nicht mehr überleben konnten. Wie viele Generationen, nachdem das Hochwasser die jodarmen Bedingungen in den Alpenregionen der Schweiz geschaffen hatte, braucht es, um eine Kretinismusrate von 30% zu erreichen? Wie viele Generationen kann sich eine Gruppe von Menschen unter solchen Bedingungen halten? Ich würde denken, nicht mehr als 200 Jahre, da eine Fortpflanzung bei extremen Jodmangel unmöglich ist. Meiner Meinung nach ist dies also eines der besten Indizien dafür, dass das weltverändernde Überschwemmungsereignis erst vor kurzem stattgefunden hat. Meiner Vermutung nach um das Jahr 1700. Die Geschwindigkeit der Verbreitung von Jod und die letzte Eiszeit Nach der Studie Die Herkunft des Jods im Boden, Band 2, Jod in Böden Deutschlands, von Schnell et al. in der Zeitschrift Chemie der Erde, Band 59, dauerte es nur etwa 1238 Jahre, bis die heutige Jodkonzentration im deutschen Boden durch Regen abgelagert wurde. Mit anderen Worten, wenn die Jodkonzentration des Bodens vor 1238 Jahren bei Null lag, hätte es bis heute gedauert, um die aktuelle Konzentration nur durch Regen zu erreichen, denn Regen ist der Hauptweg, wie Böden Jod anreichern. Da die Wissenschaftler die Jodkonzentration an mehreren Standorten mit unterschiedlichen Jodwerten gemessen haben, kamen sie auf eine durchschnittliche Zahl von 1238 Jahren, um die Jodvorräte aufzufüllen. Aber die meisten Standorte zeigen, dass es nur maximal 1000 Jahre dauert. Zitat Die berechnete Zeitspanne liegt zwischen 722 und 2146 Jahren, mit einem Mittelwert von 1238 Jahren. Es dauert also zwischen 722 und 2146 Jahren, um den Jodgehalt der obersten 60 cm der Böden in Deutschland von Null auf den heutigen Wert zu bringen. Smith und White 1981 schätzen aus den sehr unterschiedlichen Ergebnissen in der Literatur, dass etwa 15% des Jods direkt in Flüsse und Grundwasser gelangen und 85% von Bodenmaterial aufgenommen werden. Wenn nur 50% des abgelagerten Jods in der obersten 60 cm Schicht zurückgehalten wird, würden sich die Zeitraume natürlich verdoppeln. Goldschmidt 1954 schlug vor, dass Gebiete, die von eiszeitlichen Gletschern bedeckt wurden, niedrigere Jodkonzentrationen aufweisen, da die ursprünglichere Bodendecke durch die Gletscherwirkung entfernt wurde. Der durch die Gletscherprozesse neu gebildete Boden wäre jodarm, ein Faktor, der in der Diskussion um das Auftreten endemischer Kropfenkrankungen oft genannt wird. Zitat Ende In der Studie maßen die Wissenschaftler die Jodkonzentration im Niederschlag und verglichen sie mit der tatsächlichen Jodkonzentration im Boden und verschiedenen deutschen Gebieten. Aus den vorliegenden Daten schlossen sie, dass wenn durch die Gletscher in der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren alles Jod ins Meer gespült worden wäre, es im Durchschnitt nur 1.238 Jahre gedauert hätte, bis sich die Jodkonzentration wieder normalisiert hätte. Es ist die einzige Studie, die tatsächlich den Jodgehalt des Regens im Verhältnis zum Jodgehalt des Bodens misst. Allerdings gibt es einen großen Fehler bei der Interpretation der Rohdaten. Es wird angenommen, dass die Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren endete und dass die Jodkonzentrationen kurz nach dem Ende der Eiszeit, als die Gletscher schmolzen und der Boden ins Meer gespült wurde, auf Null waren. In Verbindung mit den anderen Beweisen, die ich geliefert habe, zeigt die Niederschlagsverteilung von Jod, wie sie in dieser Studie geliefert wird, dass es nur ein paar hundert Jahre dauert, bis extrem jodarme Böden die aktuellen Mengen an Jod erreichen. Mit anderen Worten, die niedrigen Jodkonzentrationen in den Böden auf der ganzen Welt deuten darauf hin, dass die Überschwemmung erst vor ein paar hundert Jahren stattfand und wir uns immer noch in einem Prozess befinden, in dem ein Gleichgewicht zwischen der Jodkonzentration im Regen und der Jodkonzentration im Boden erreicht werden muss. Dies wird durch die Tatsache unterstützt, dass die Jodkonzentrationen in den Böden immer noch sehr unterschiedlich sind, selbst in ein und demselben Land. Zum Beispiel gibt es in der obigen Studie einen 300%igen Unterschied in der Konzentration von Jod in den Böden zwischen den fünf angegebenen Standorten. Da über einen ausreichend langen Zeitraum Regenfälle ein Gleichgewicht vom Jod im Boden schaffen sollten, unterstützt dies die Idee, dass die Flut vor relativ kurzer Zeit stattfand. Wenn die niedrigen Jodkonzentrationen in der obigen Studie das Ergebnis der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren wären, würden wir heute höhere Jodkonzentrationen im Boden messen können. Die zurückgerechnete Zeitspanne zum Auffüllen der Jodvorräte ist eigentlich ein guter Indikator für die maximal vergangene Zeit der Flut. Die Studie setzt also eine Obergrenze. Bei gleichmäßigen Niederschlägen kann man sagen, dass die Flut in den letzten 723 Jahren stattgefunden haben muss, sonst würde das Gebiet bei Humtrup, Westerland, weitaus höhere Jodwerte im Boden aufweisen. Unter der Annahme, dass die Flut nicht 100% des Jods in Humtrup ins Meer gespült hat, können wir davon ausgehen, dass die Jodkonzentration nach der Flut gleich 0 war. Wenn die Humtrupper Jodkonzentration nach der Flut bei zum Beispiel 50 mal 10 hoch 2 lag, hätte die Flut vor etwa 350 Jahren stattgefunden. Um ein besseres Verständnis für das Datum der Überschwemmungen zu bekommen, müssten wir den Boden mit der geringsten Jodmenge finden und ihn mit der durchschnittlichen Jodablagerung durch Regenfälle vergleichen. Leider sind die Daten aus Humtrup die besten, die wir haben. Es gibt andere Anzeichen dafür, dass der Jodgehalt der ländlichen Regionen in den letzten Jahrzehnten durch Niederschläge stetig zugenommen hat, was im Widerspruch zur Hypothese steht, dass es für das aktuelle Verhältnis 10.000 Jahre gedauert hätte. Nicht nur das, neuere Studien zeigen, dass die Ablagerung von Jod in den inländischen Gebieten tatsächlich in einer unerwarteten Geschwindigkeit zunimmt, was die Hypothese in Frage stellt, dass es Tausende von Jahren dauert, damit sich das vorhandene Jod dort abgelagert hätte. Allein in den letzten 70 Jahren hat sich die Jodkonzentration in den abgelegenen Alpenregionen mindestens verdreifacht. Zitat Zitat Ende Natürlich schieben die Wissenschaftler diesen plötzlichen Anstieg auf den menschengemachten Klimawandel. Aber meiner Meinung nach deuten diese Zahlen darauf hin, dass sich die Jodkonzentrationen auf der Erde schnell zugunsten von Meerjod im Landbereich verändern, da die hohe Jodkonzentration im Meer im Vergleich zum Land unnatürlich ist und sich nicht im Gleichgewicht befindet. Da Jod ein flüchtiges Halogen ist, wird es vermutlich leicht vom Meer auf das Festland transportiert. Man kann sich die Verteilung von Jod wie einen Diffusionsprozess vorstellen. Langfristig wird ein Gleichgewicht zwischen Wasser und Land erreicht. Der Jodwahn des 19. Jahrhunderts und Big Pharma Das 19. Jahrhundert war geprägt von einer Explosion wissenschaftlicher Erkenntnisse und bereits 1829 hat ein französischer Arzt namens Jean Lugol eine flüssige Jodlösung für den medizinischen Gebrauch entwickelt. Mit dem zunehmenden Wissen über Mineralstoffmängel und Krankheiten begann sich ein Hype, um gewisse Gesundheitsprodukte herauszubilden. Lugols Jod ist ein gutes Beispiel dafür, ebenso wie das amerikanische Lithia-Wasser, das hohe Dosen von Lithium, einem psychoaktiven Mineral, enthielt. Lugols Jod wurde zum Universal-Antibiotikum des 19. Jahrhunderts und rettete unzählige Leben. Es dauerte 100 Jahre, bis die Menschen dies vergaßen und mit der Entdeckung halbsynthetischer und synthetischer Antibiotika verdrängten die herrschenden Kräfte langsam aber stetig die alten Methoden der Krankheitsheilung. Sowohl die Lugolsche Lösung als auch Lithia-Wasser wurden schlecht geredet und verdrängt. Vor etwa 50 Jahren schrieb der Nobelpreisträger Albert Saint-Georgi, der Arzt, der 1928 das Vitamin C entdeckte und in den frühen 1990er Jahren Medizinstudent war, Zitat, Als ich Medizinstudent war, war Jod in Form von Kalium-Jodid die Universalmedizin. Niemand wusste, was es tat, aber es tat etwas, und zwar etwas Gutes. Wir Studenten pflegten die Situation in diesem kleinen Reim auf den Punkt zu bringen. Wenn ihr nicht wisst, wo, was und wie, dann verschreibt ihr K und I. Unsere medizinischen Vorgänger, die nur sehr wenige und grobe Instrumente besaßen, mussten sich zweier von der Natur gegebener Mittel bedienen, deren Gebrauch inzwischen aus der Mode gekommen ist. Augen und Verstand. Sie waren scharfe Beobachter und die universelle Anwendung von Jodid mag nicht grundlos gewesen sein. Zitat Ende Zitat In der großen Exposition im Kristallpalast im Hyde Park im Mai 1851 wurden Jod- und Jod-Verbindungen zum ersten Mal von zehn pharmazeutischen Firmen öffentlich gezeigt. Bis 1890, um ein zufälliges Datum zu wählen, förderte die sechste Ausgabe von Martindales Extra Pharmacopeia 30 von Jod abgeleitete Medikamente. Der Iodine-Sentury-Volume, der 1914 von The Prescriber zusammengestellt wurde, erwähnt 45 Jodpräparate. Bis 1928 hatte Martindale seine Sammlung auf 128 Jodpräparate erweitert. Und in einem 1956 veröffentlichten Internationalen Index, der ausschließlich Jodarzneimitteln gewidmet ist, sind nicht weniger als 1700 zugelassene Arzneibuchnamen, geschützte Namen, Synonyme und alternative Bezeichnungen alphabetisch aufgeführt. Zitat Ende In den frühen 1900er Jahren war Jod in der medizinischen und chirurgischen Praxis gut etabliert, wie in der Enzyklopädie Britannica 11th Edition von 1910 bis 1911 beschrieben. Heutzutage bekommen wir so gerade noch genug Jod, um akute Mangelerscheinungen zu verhindern, aber nicht genug, um wirklich gut zu leben. Nur Menschen in sehr wenigen Gebieten der Welt nehmen genug Jod zu sich, zum Beispiel diejenigen, die sich traditionell japanisch ernähren, oder Menschen, die an der spanischen Küste eine mit Schallentieren reiche Ernährung bevorzugen. Zufälligerweise gehören sowohl Japaner als auch Spanier zu den Völkern mit der höchsten Lebenserwartung der Welt. Viele Tiere geben sich große Mühe, ihren Jodbedarf zu decken, wie zum Beispiel die Bonobos. Ein ausgewachsenes Bonobo-Weibchen beim Sammeln von Seerosen, Nymphaea lotus, aus einem Stausee Cotesi sana clay, Louis Cotale Bonobo project. Die Geschichte der Verwendung von Jod in der Medizin als universelles Antibiotikum und gesundheitsfördernde Substanz kurz nach seiner Entdeckung und die anschließende Unterdrückung 100 Jahre später durch das medizinische Establishment zeigt, dass der Mensch die Welt um sich herum natürlich versteht, dass es aber mächtige Kräfte in unserer Welt gibt, die nicht wollen, dass wir wieder einen Zustand des Wohlstands und der Gesundheit erreichen. Die Geschichte von Kropf, Kretinismus und die Entdeckung ihres Zusammenhangs mit Jod gibt uns auch einen Hinweis darauf, wann das Überschwemmungsereignis, das die mineralische Zusammensetzung des Bodens veränderte, wirklich stattfand, sobald der Mensch mit einem Problem konfrontiert wird, stirbt er entweder aus oder sucht nach Lösungen. Kampf- und Fluchtreaktion. Die moderne Medizin hat ihre Wurzeln in dieser Suche nach Lösungen und dem Verständnis der Welt nach der Flut, aber das ist in Vergessenheit geraten. Am Ende des 19. Jahrhunderts hatten die Menschen bereits viele Teile des Puzzles zusammengefügt. Nach der Überflutung der Erde änderte sich vieles, unter anderem die mineralische Zusammensetzung des Bodens, aber wohl auch das Klima und die Aktivität der Sonne. So leben wir eigentlich in einer Welt, an der wir nicht wirklich angepasst sind und die abrupten Veränderungen nach dem letzten weltweiten Kataklysmus geben uns ein besseres Verständnis dafür, warum infektiöse und degenerative Krankheiten in den letzten 300 Jahren so exponentiell zugenommen haben. Während die meisten Forscher versuchen, diese Entwicklung im Rahmen der Evolutionstheorie zu erklären, zeigt ein genauerer Blick, dass das Modell der Evolution voller Widersprüche ist und nur als Werkzeug benutzt wird, um unsere wahre Geschichte und unser wahres Schicksal zu verbergen. Metalle, Alchemie und die Suche nach dem ewigen Leben Warum waren die Alchemisten der Antike von Metallen besessen? Wurden Metalle nur als Metapher für die Transmutation der menschlichen Seele verwendet oder wussten die Alchemisten etwas, das wir nicht wissen? Wenn man sich mit der Ernährung beschäftigt, wird schnell klar, dass Mineralien eine enge Verbindung zu verschiedenen seelischen Zuständen haben und so wäre es nicht verwunderlich, wenn unsere Vorfahren eine detaillierte Beschreibung der Wechselbeziehungen von Metallen, Mineralien und Körper, Psyche, Seele kannten. Als die Menschen zum Beispiel begannen, mit Metallen zu experimentieren, die nie Teil des Erdbodens waren, wir haben sie künstlich aus tiefen Minen gewonnen, wie Quecksilber, haben sie schnell gemerkt, dass es die Menschen in Zombies verwandelt. Mad as a Hatter, verrückt wie ein Hutmacher, ist eine umgangssprachliche englische Phrase, die im Gespräch verwendet wird, um leicht hin anzudeuten, dass eine Person an Wahnsinn leidet. Es wird angenommen, dass die Beziehungen aus Luton, Bedfordshire, im Osten England stammt, wo die Männer in der Gegend vorwiegend im Hutmacher-Geschäft tätig waren, in der Quecksilber bei der Hutherstellung verwendet wurde. Die Anreicherung von Quecksilber im Körper verursacht Symptome, die dem Wahnsinn ähneln. Die früheste bekannte schriftliche Erwähnung des Ausdrucks findet sich in einer Ausgabe von Blackwoods Edinburgh Magazine aus dem Jahr 1829. Interessanterweise ist Quecksilber eines der wichtigsten Metalle in der Alchemie und es gibt einige, die sagen, dass Quecksilber als Hauptbestandteil für die Technologie der freien Energie verwendet wurde, die die alten Häuser antrieb. Was ziemlich widersprüchlich zu sein scheint. Wenn die alte Welt von Quecksilber angetrieben wurde, wie kann es dann so giftig sein? Es wurde festgestellt, dass Quecksilber seine negative Wirkung über das Ersetzen von essentiellen Metallen im Körper ausübt und so vielleicht einen fehlgeleiteten Prozess der alchemistischen Transformation und Transmutation in Gang setzt, zum Beispiel durch die Blockierung der Verbindung zwischen dem Körper und den Chakren. Ein weiteres interessantes Mineral ist Kupfer. Die Welt des Altertums war eine Welt der Kupferdächer. Viele antike Gebäude wurden damit ausgestattet. Laut einigen Experimenten können diese Dächer bis zu 1000 Jahre ohne jegliche Reparatur überstehen, da oxidiertes Kupfer eine fast unzerstörbare Patina bildet. Generell war Kupfer im Altertum weit verbreitet. Zum Beispiel benutzten die Menschen Kochgeschirr aus Kupfer, weshalb ihre Nahrung sehr kupferhaltig gewesen sein muss. Außerdem wurden Werkzeuge aus Kupfer in den Boden eingegraben. Rezeptur aus dem Mittelalter tötet Superbakterien. Vor Beginn ihrer Tests hatten sie zwar Hoffnung, dass das Gemisch einen Effekt hat, denn Kupfer- und Gallensalze können bekanntermaßen Bakterien abtöten. Und die antibakterielle Wirkung von Knoblauchgewächsen ist mindestens schon seit der Antike bekannt. Was die Professorinnen dann aber beobachteten, übertraf ihre Erwartungen bei weitem. Europas futuristischste elektrische Straßenbahn ist ein wahres Kunstwerk. Die moderne Technik versucht, diesen Effekt nachzuahmen und sich zunutze zu machen. Die Hülle der Straßenbahn besteht aus dunklem Holz und getönten Glas. Die Handläufe sind aus antimikrobiellen Kupfer gefertigt. Die Metalle, mit denen wir uns umgeben, reichern sich früher oder später auch in unseren Körpern ab, weshalb die Verwendung von Metallen umfassendes Wissen über ihre Effekte voraussetzt. Heute sind die Menschen vergiftet, weil die Industrie große Mengen Blei, Arsen, Cadmium und Quecksilber verwendet. Metalle, die lebensfeindlich sind und nachhaltig die Funktion der Drüsen bzw. Chakren blockieren. Manche spekulieren sogar, dass bei einigen unserer Vorfahren Kupfer statt Eisen für den Sauerstofftransport verwendet wurde. Hier könnte der Mythos des blauen Adelsblutes seinen Ursprung haben. Es wird deutlich, dass Metalle für die Funktion des menschlichen Körpers, insbesondere des Nervensystems und der Psyche, von zentraler Bedeutung sind. Und somit zu den wichtigsten Faktoren zählen, die das Zusammenspielen zwischen Seele, den Chakren und dem menschlichen Körper regeln. Das Wissen über Metalle ist die Grundlage für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Wenn Kupfer elektrisiert wird, ist es in der Lage, ein starkes magnetisches Feld zu erzeugen. Kann es sein, dass die Kupferdächer der alten Welt die Funktion hatten, als eine Art energetisches Schutzschild zu fungieren? Das folgende Bild aus einem alten Buch deutet darauf hin. Die Bombardierung der Stadt scheint von einem unsichtbaren Feld abgewehrt zu werden. Fazit Dr. Abraham hat mit seinem Jod-Projekt gezeigt, dass viele gesundheitliche Probleme allein durch die Einnahme großer Mengen an Jod korrigiert werden können. Die Menschen berichten von einem besonderen Wohlbefinden und fühlen sich zum ersten Mal richtig lebendig. Vielleicht hatte er einen Teil des alten alchemistischen Wissens entdeckt, das nach der Sintflut verloren gegangen war. Die alten esoterischen Traditionen sprechen von einem Urfeind der Menschheit und seinem Wunsch, unsere spirituelle Entwicklung zu untergraben. Es wird gesagt, dass wir einen Energiekörper um uns haben, der uns schützt. Der einzige Weg, uns anzugreifen, wäre über die Schwächung dieses Energiekörpers. Es gibt viele Methoden, um dies zu erreichen. Zitat Es ist ein räuberisches Wesen, das aus den Tiefen des Kosmos kam und die Herrschaft über unser Leben an sich gerissen hat. Die Menschen sind seine Gefangenen. Dieser Räuber ist unser Herr und Meister. Er hat uns fügsam und hilflos gemacht. Wenn wir protestieren wollen, unterdrückt er unseren Protest. Wenn wir unabhängig handeln wollen, verlangt er, dass wir darauf verzichten. Ich habe die ganze Zeit sozusagen bei dir auf den Busch geklopft und wiederholt Anspielungen darauf gemacht, dass uns etwas gefangen hält. Wir sind in der Tat Gefangene. Für die altmexikanischen Zauberer war es eine energetische Tatsache. Sie haben die Herrschaft übernommen, weil wir Nahrung für sie sind. Und sie nehmen uns erbarmungslos aus, weil wir ihr Überleben sichern. So wie wir Hühner in Hühnerställen halten, in Galineros, so halten uns die Räuber in Menschenställen, in Humaneros. Auf diese Weise haben sie ihre Nahrung ständig zur Verfügung. Zitiert wurde Carlos Castaneda. Dann gab es den Mystiker G.I. Gurtjev, der die Auffassung vertrat, dass die unbewusste Menschheit Nahrung für den Mond sei. Zitat Bevor man Menschen mit Jodmangel als Kretinen bezeichnete, verwendete man das ältere Wort lunatic, was übersetzt irre, luna, lateinisch für Mond, bedeutet. Die Menschen damals verstanden offenbar, dass alles Dunkle, Böse und Negative vom Mond kam. Der Mond spielt auch in der Alchemie eine Rolle, da er mit dem Element Silber in Verbindung gebracht wird. Interessant ist, dass die planetarischen Metalle der Alchemie nach unserem modernen Verständnis meist giftig sind. Vielleicht war die Alchemie ein Versuch, die Metalle zu verstehen, die mit unserer dunklen Seite verbunden sind und den Einfluss dieser Mächte auf unser Leben zu reduzieren. Der einzige Zweck der Planeten am Himmel könnte darin bestehen, die Menschheit im Schlaf zu halten, unter dem Einfluss von Planetenmetallen wie Quecksilber, Zinn, Blei und so weiter. Die Sintflut muss in einem größeren Zusammenhang gesehen werden, in dem unsere Welt so verändert wurde, dass sie den eigentlichen Untergang der alten Welt verursachte. Da die Verbindungen unserer Chakren zu unserem Nervensystem blockiert sind, haben wir die Fähigkeit verloren, uns leicht mit den göttlichen Energien der oberen Welt, der Sonnenenergie zu verbinden. Der Katalysator, der die Sintflut auslöste, katapultierte die Menschheit in eine Finsternis und das war wahrscheinlich kein Zufall. Die spirituelle Reise der Menschheit und der Sündenfall sind eng miteinander verbunden. Der Sündenfall und das anschließende Erwachen ist ein wichtiger Prozess im spirituellen Wachstum. Es ist eine Reise in die Unterwelt, wo wir mit einer dunklen Seite von uns selbst konfrontiert werden. Der wahre Prozess der Transformation kann nur verstanden werden, wenn man die Menschheit als Ganzes betrachtet. Das dunkle Zeitalter nach der Sintflut repräsentiert einen Teil, der immer in uns war. Wenn dieser immer in uns war, ist er der einzige Weg, ihn zu überwinden, ihn anzunehmen und hindurchzugehen. Und das dann. Untertitelung des ZDF, 2020